Ja, jetzt wird es ein bisschen einfacher für mich. Das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht. Gut. Dann. Das hier machen wir aus. So. Dann fangen wir mal an. Spielen. Heute ein bisschen früher als geplant. Aber das ist hier kein Problem. Durch das, dass ich jetzt einen zweiten Bildschirm habe, sehe ich auch eure Kommentare viel schneller und besser. Hallo, Ikuto. Hallo. Sehr schön, dass du heute dabei bist. Wieso kann ich nicht schreiben? Das ist doch jetzt beschiss. Ich kann jetzt hier nicht schreiben. Ich weiß nur nicht, wieso. Ich muss nur noch kurz rasch was machen. Ja, ich habe hier eigentlich hier gesagt, dass ich abbrechen will. Abbrechen. Ich muss nämlich da noch ganz schnell was machen, damit etwas klappt. Es geht gleich los. So, geht doch. Okay. 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 Alright. Nein, 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 deaktivieren. So, gut, dann starten wir in dem Fall jetzt, richtig. Ich hatte kurz Probleme, aber es geht. Sehr schön, dann. Dann schauen wir mal, ob wir mit Sombra wieder so weit kommen wie letztes Mal. Ich habe deinen Gedichtordner gelebt. Was? Das hast du nicht. Freu mich nicht an. Wir sind hier beide Opfer. Hi, Leute. Wie geht's? Wow. Hi. Hi. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich verleihe dir Stärke. Halten Sie die Fracht auf. An deiner Seite. Sehr schön. Ich werde mein Team am Leben erhalten versuchen, dass sie nicht gerade sterben. Ich verleihe dir Sterbkepppuster. Ich helfe dir auf. Das war wahrscheinlich ein Headshot. Oder auch nicht ganz. Auf jeden Fall hat es weh getan. Du brauchst Heilung. Ich bin da. Das hat weh getan. Immer genug zu trinken, das ist immer wichtig. Immer wichtig. Und die Diva rennt von mir weg. Engel an deiner Schulter. Aus allem hierher. Ich verleihe dir Stärke. Die Diva. Sern. Das läuft ja heute wieder mal wie abends nicht hingehen geht so gern. Aua. 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 Ich wurde von hinten weggenutzt. Ganz schön fies diese Leute ne. Also dieses Mal schaffen wir es ganz sicher nicht habe ich das Gefühl. Mh? Schaden intensiviert. Hey hey. Hallo alle. Hi. Gekker hier drüben. Ich helfe gern. Die Sombra holen wir wieder hoch. Ich weiß ich könnte meinen Ulti einsetzen aber ja gut machen wir das so. Aua. 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 Dann machen wir jetzt sogar Stellsuche so und machen auf alle. Ich hoffe, man hört mich sehr gut. Mein Mod ist zwar dabei, aber er schreckt nicht so aktiv. Ist auch okay, ich weiß ja auch wieso. Keine Sorge, ich bin direkt hinter dir. Bleibt zusammen, nur so kann ich uns heilen. So muss das. Und nach dem Match schienen wir eine Runde am Strand. Muss ja keiner wissen. Ja gut. Der hat einen neuen Skin drauf. So wie es aussieht. Ja. Ja, das ist gut. Komm, bring die Heilerin weg. Yeah, genau. Du brauchst Heilung, das seh' ich. Au, scheiße. Au. Ja, das... ...habe ich mir leicht noch gedacht. Und... ...ich werde... ...weiterhin versuchen nicht zu sterben. Da. Oh no. Ich hab' den Drachen nicht gesehen. Ich hab' den Drachen nicht gesehen. Ich bin vollständig genesen. Ich bin unterwegs. Ich helfe gern. Ich bin unterwegs. Oh. Vier. Bist. ich aber von in die wand gerast und da bist du wieder voll in die Wand gerast jetzt wurde ich von Mercy weggenotzt oder ne ne das war von Chunkord der Chunkord hat mich schön weggerotzt weggerotzt weggenotzt wie auch immer wir haben den Punkt kommt schon kommt schon Leute besser als Diva das ist ein viel für dich zu tun das ist ein heilige genug Ja, wir kriegen den Punkt Und wir haben den Zielpunkt gesichert Das war so schön Juhu Kompliziert, heute sieht das anders aus Halte Schadensfuß aufrecht Sie fliehen noch stärker 3 Dobla 4 3 2 1 Runde 2 Nehmen Sie den Zielpunkt ein Lass uns unsere Gelegenheit vergoldet ihn Ich laufe dir hinterher Ich laufe dir hinterher Nichts ist nicht getan Melde mich für mich Halte Unterstützung aus Meine Aufgabe ist es einfach jemandem hinterher zu rennen und die zu heilen oder zu buffen Oh, danke Danke Und da werde ich noch geheilt von der zweiten Heilerin, das ist so schön Das ist so schön Oh 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 Das ist schon ein Allah! Den holen wir zurück. Nein! Ich wurde weggehauen. Das ist doch nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Also ich weiß, dass... ...heute noch irgendwie einige kommen werden, denen ich... ...denen ich oft spiele. Ich bin weg. Und die werden auch mit mir heute weiterspielen und zocken. Das wird schön lustig. Ey, du gehst mir nicht einfach weg. Schnell, du gehst mir nicht zurück. Schnell, du gehst mir nicht zurück. Schnell, du gehst mir nicht zurück. Mal. Hey, Diva. Bleib bei mir. Ich steigere deine Fähigkeiten. Ich steigere deine Fähigkeiten. Ich steigere deine Fähigkeiten. Ich steigere deine Fähigkeiten. nicht sehen. Ich bin nicht. Irgendwie war das klar. Hey, ich brauche keine Heilung. Nee. Ich habe gar nicht gedrückt, dass ich Heilung brauche. Aber okay. Ich verstarke dich immer noch. Na toll. Wenn wir dieses jetzt nicht schaffen, dann... Ja. War es das mit dieser Runde, ne? Dann müssen wir schauen, dass ich... Dass wir wieder mehr gewinnen können. Au. Ah, das war doof. Das war richtig doof von mir. Das habe ich mir dabei gedacht. Meine Fähigkeiten werden noch gebraucht. Was habe ich mir bloß dabei gedacht? Was habe ich mir bloß dabei gedacht? Dein Ernst? Ich kann leider nicht wiederbeleben, wenn ich selbst tot bin. Irgendwie auch verständlich, ne? Äh. So, jetzt gehört der Punkt uns und jetzt müssten wir den Punkt auch halten. Was ist das, was wir machen müssen? Nein! Ich bin noch ausgewiesen. Zu spät, oder wie? Ich bin noch ausgewiesen. Ja, gut. Nein, nein, das ist hier. Wo ist sie? Da. Eigentlich hätte er, hätte sie da auch etwas brauchen können. Ich habe wieder eine Anerkennung erhalten. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Na toll, ich komme zu einem sehr späteren Zeitpunkt. Ash hier. Ich höre deine Fähigkeiten. Meine Göttin ist da. Von Sombra. Ja gut. Ich sollte vorwichtig sein. Wenn die das so will. Ja, darf nicht. Gut, ich gehe wieder zu Mörs zurück. Ich bin direkt hinter dir. Ich bin direkt hinter dir. Oh, Schätze. Ach, Schiete Böhms, komm, mach etwas. Ach, komm schon. Nein. Und das ist gut. Ich hoffe, ich mache mich. Ich habe mich gedreht. 3 drei Seiten das wollte ich nicht so wird Machen wir noch mal eins. Ganz kurz rasch. So, bin wieder da. Ich habe jetzt drei Freunde in der Gruppe, drei Freunde die dabei sind. Machen wir da rasch auf Abbrechen. Mirio könnte in meinen Channel kommen. Ich bin jetzt bei Gaming 1 drin. Ach was. Okay, in dem Fall doch nicht. Mirio will, so wie es aussieht, nicht. Mit mehr Spielen ist sehr schade, aber was will man dagegen tun? Kann man nichts tun. Dann werden wir das halt so machen. Hallo Mirio, falls du das siehst, ich bin live. Warte mal, ich kann ihn mir auch so machen. Den wollte ich eigentlich nicht hier drieben haben. Den wollte ich hier. So. 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 Ich mach's auch. So. Oh. Sehr schön, ich bin wieder gesund, also wieder voll im Ganzen. So. Oh. 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 Okay, immer wieder irgendwie wieder genesen. ck. Oh. 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 Das war's für heute. Nein! Toll. Bin runtergefallen. Oh! 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 Das war's für heute. Ja gut! Hallo! 5...4...3...2...1... Melde mich für den 2! Wer hat er an und sie gibt's! Der Kampf hat erst angefangen! Sehr schön! Gut! Der wusste wohl genau wo ich bin, ne? Nein! Hätte ich den Ulti gehabt, hätte ich noch hochfliegen können. Autsch! Diese Meurer geht mir auf den Senkel. Ach, wie schön, dass niemand weiß, dass ich... Ähm... Merci Eyes! Hahaha! Ja gut! Gut! Ja gut! Ja gut! Ja gut! Ja gut! Ja gut! Das ist eure gerechte Strafe! Ja gut! Bis die Match-Schnellsuche kann ich nicht einladen, wollte ich gerade sagen. Ich war gerade gemutet, tut mir leid. Es wäre blöder, wenn ich das ganze Video durch... Nee, wenn ich das ganze Video durch gemutet wäre, dann würde man die ganze Zeit nicht hören. Und ich würde sprechen und sprechen, aber ich merke es ja, wenn ich gemutet bin, denn ich sehe es. Und ich wäre nicht so ein Problem. Na, wie geht's denn euch so? Erzählt doch mal. Würde mich interessieren. Heute ist ja... Montag? Hätte ich was vergessen? Ja... Ich hatte vorhin einen Bananen-Shake. Ähm... Habe relativ... Lange kann man nicht sagen, gut geschlafen. Habe... 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 Sachen... Ja, du... Ja... Das... Das war ein... Sehr schöner Geburtstag von dir. Ja... Ich... Dürfte ja mit dir... Gestern einen Tag verbringen. Heute darf ich dann auch noch... Heute darf ich auch noch den Tag verbringen. Ok, auch wenn der Tag jetzt eigentlich schon... was schon sozusagen zu Ende schon fast wieder ist. Auf jeden Fall, ich sage hier jetzt nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ich weiß, ich habe dir gestern schon gratuliert, aber trotzdem... ...nochmals alles Gute nachträglich. Ähm, ja gut, was ist jetzt? Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Ah! Ich steigere deine Fähigkeiten. Da braucht er rüber meine Hilfe und ich war zu spät. Komm schon, 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 komm schon. Na, das war zu spät. Ich kann nicht weiter. Ich bin blöd. Also. Ich bin blöd. Ich bin blöd. Ach, komm. Hallo, it's Manu-Kuhn. Hallo, freut mich. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Manu-Kuhn. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Freut mich, dass du zu uns gefunden hast, in diese Community. In diesen Stream. Und... Oh... Oh... Hier wird viel gestorben, wenn man das so sagen kann. Ich glaube es, ja. Hier sterbe ich oft. In diesen Videos hier bei mir. Aber ich gebe niemals auf. Also, und ich... Entschuldigung. Und ich meine... Mitsterben in den Games, natürlich. Nicht die nächste, weil sonst hat man ja nur eine Leben. Oh Gott. Der geht dort aber hin. Wie auch immer. Ich werde von da aus... Äh, Overwatch spiele ich jetzt seit... Wenn ich mich nicht irre, ein Jahr. Und seit... Vorvorgestern spiele ich mit Mercy. Also... Die Heilerin. Ich... Ach, komm schon. Ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, toll. Ja. Ähm, du spielst in dem Fall auch Overwatch. Nehme ich an. Zeig für einen neuen Plan. Sehr schön. Ja, ähm... Du kannst ja meiner... Discord-Community beitreten. Gerne. Da würde ich mich sehr freuen. Wenn du willst, natürlich. Ich zwinge niemanden zu was. Und wenn du willst. Du darfst gerne mit mir spielen. Da würde ich mich auch sehr darüber freuen. Ähm... Ich bräuchte einfach deinen Namen. Bei... Oh. Von, ähm... Ja. Ich hab den Reaper ehrlich gesagt zu spät gesehen. Wenn du das meinst. Wenn du das meinst. Ich hab den Reaper zu spät gesehen. Ah, der geultet hatte. Ja, gut. Ähm... Keine Ahnung. Ihm... Ähm... Du darfst mir gerne... Die... Ach, komm. So. Ähm... Du darfst gerne... Du darfst gerne... Mir deinen Namen... Äh... Schicken. Von... Wie ich dich... Finde über Battle.net. Dann werde ich dich nämlich... Ich war vorhin richtig, ne? Würde ich dich hier einfügen? Jawohl. Und du darfst auch gerne meiner Community beitreten. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Dort bin ich auch im Gaming Channel 1. Da kann man dann auch mit mir sprechen, natürlich. Da... Gut. Ähm... Nix. Also ist... Monu, dein richtiger Name? Kann das sein? Na, toll. So. So. Habt ihr eine Freundschaftsanfrage gesendet? Ähm... Ist Monu dein Name? Ist Monu dein Name? Jetzt hat doch hier gerade was gepiepst. Hab ich gemeint, auf jeden Fall. Ja gut, ähm... Spitzname, dass sich die Leute uneinig sind, ob Monul oder Monul, was die Aussprache angeht. Ja gut, ähm... Mein Name, mein richtiger Name ist ja wirklich Manu. Wirklich nur Manu, das ist mein Taufname. Was viele nicht wissen. Bei mir ist es kein Spitzname. Ich heiße tatsächlich Manu. Ich hoffe, dir dieses Format hier gefällt. Format, vor allem Format, ne. Ich hoffe, ich hoffe auf jeden Fall, dass... Nein, Manu und dann halt ohne I, sondern am Ende einfach... Ah. Manul. Ah, schön. Ja, ich heiße wirklich Manu. Ohne I, L, ohne L oder etwas. Sondern wirklich nur Manu. Ah. Nicht Manul, sondern Manu. Bei dir. Ah, Manu, L. Ach so. Ah, jetzt. Jetzt habe ich gecheckt. Genau so. Ja. Dann ist ja super. Ich heiße ja wirklich nur Manu. Und ja, ich freue mich, dass du natürlich da hin, hier hin gefunden hast. Und hoffe auch, dass dieses Video, so wie es jetzt hier ist, dir auch gefällt. Ich habe jetzt aus Versehen die Waffe gewechselt. Waffe vor allem, mhm. Gebe dem, diesem Typen Boost. Dass er... Irgendwie was reißen kann. Ja, toll. Ich sterb's schon am Anfang, oder wie? Na gut. Ja gut, den habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ein schöner Name auf jeden Fall. Manu, oh. L. Sehr schöner Name. Sehr schön. Sehr schön. Und? Yes Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn ich hier oben stehe. Aber, ja gut, momentan sterbe ich ja gerade nicht. Ich? Ja. Ich habe auch so lange mit Diva Aua gespielt. Drei Knapp-Sombra, ja genau. It's Manuel da, schaut jetzt zu, hallo. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich mit ihr schon verbracht habe, glaub am wenigsten, wenn ich mich erinnere. Ich werde diese Wachstücke abliefern. Ich verleihe dir Stärken. Nee. Merci hast du 5, ach so. Also, wenn du willst, darfst du gerne nachher mit mir spielen, mit mir, natürlich wenn du willst. Ich habe die Kontrolle über die Fracht. Ja gut, ja. Ich steigere deine Fähigkeiten. Die Realität verurscht meinen Sinn. Ach, von dort kommt Hanzo. Meine Fähigkeiten werden noch gebraucht. Mach euch auf einen gewaltigen Schock, der Batsch. Ich kann ja über meinen Twitch-Kanal auf meinen Discord zugreifen. Das ist... Sehr schön. Ja gut. Ich glaube, mit Vito-Maker habe ich ja auch einige Zeit gespielt, ne? Mit Vito-Maker habe ich glaube auch... Ach so. Ich bin direkt bei dir. Ja gut, ich bin auch auf mir in Discord-Servern. wieder zwei Stunden, okay. Eben wie gesagt. Ich habe den Überblick nicht so. Aber... Ich habe die Taste nicht gefunden. Sehr schön. Ich bin deswegen gestorben. Aber... Wir werden so wie es aussieht für... Ne, wir gewinnen. Kostum Crosshairs. Ich glaube eher weniger, ne? Würde ich jetzt mal sagen, nein. Wenn das ein vollkommenes Spiel ist... Nee. Dann nicht. Boah, nee. Nee, habe ich nicht gewusst. Aber... Okay. Ach komm. Komm. Ähm. Wie geht's? Wie geht's? Ähm. Wie geht's? Ich bin irgendwie... Wie geht's? Da? Ich höre deinen Schaden. Das alles ist... Sehr schön, sehr schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr schön, oha. Sehr schön. Video Maker hat eine gute Arbeit geleistet und er, falls es ein Mann ist. Und der erste Sieg des Tages. Ach so. Ja gut. Du bist ja... Das bist du. Ne? Äh, wie meinst du das? Gerne, ja. Kannst du mir gerne geben, wenn du weißt, wie das geht. Dann gerne, ja. Da bin ich... Da wäre ich dir sogar dankbar. Also, Option... Steuerung... Hoppla. Dann bei Helden... Held... Ah, alle Helden... Oder Held wechseln. So. Nehm ich an. So. Äh, und was bringt mir jetzt das genau? Nach oben zum Faden... Nach oben zum Fadenkreuz. Nach oben zum Fadenkreuz. Fadenkreuz. Typ. Fadenkreuz. Okay. So. Also ist es jetzt geändert, oder? Nehme ich mal. Erweitern. Was? Wie, wo erweitern? A, erweitert. Nein, meinst du, Steuerung, Anzeigen, aus. Steuern, Anzeigen, aus. Ach so. Farbe rot. Okay. Ah. Und jetzt habe ich es aber geändert, oder? Ah. Ups. Das war falsch. Breite. Drei. Okay. Gehen wir eins. Zurück. Komm schon. So. Fadenkreuzlänge. Auf. Zwei. Kimme. Elf. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich genau einstelle, aber okay. Transparenz, 76. Ich denke mal, du hast Ahnung, von dem her mache ich das so. Transparenz der Umrandung, 26. Und Kronengröße, 10. Und Kronengröße, 10. Und Kronengröße, 10. Und Grundtransparenz, 5. Und dann kann ich ja wahrscheinlich Escape drücken, oder? Um zurückzukehren. Das ist mein Crosshair für sie. Okay, dann kann ich ja jetzt. Auf Escape, okay. Gut. Dann habe ich das jetzt mal. Super. Danke. Das werde ich mir so merken. Das werde ich mir merken. Dann sollte sie sogar wahrscheinlich einfacher sein, ne? Nehme ich mal an. Ach so. Ja. Ich denke mal, das wird schon gut sein. Nehme ich mal an. Klar, es sind nicht alle Menschen gleich. Keine Sorge, ich bin direkt hinzu. Melde mich von denen. Mission und Rolle aktiviert. Er ist noch nie. Bringen wir es schnell zu Ende. Fühlst du dich nächtiger? Ich bin optimiert. Ich muss euch nicht durchbringen. Aber wenn ihr bei mir bleibt, kriegen wir es vielleicht hin. Setz die Schabenserhöhung fort. Schabensysteme verstärken. Schabensysteme verstärken. Ja, ich werde es mal so... lassen. Ich denke mal, so werde ich vielleicht auch mehr was treffen. Wenn es drauf ankommt. Schaum mir das mal an. Jetzt sind wir ja nicht. Ich glaube, ich bin ja. Nein, komm schon. Naja, den ersten Tod habe ich schon mal hingenommen. Ja gut, Mercy ist ja auch eher die Heilerin, nicht die Schießerin. Würde dann doch gleich nochmal mit wem kommen. Ranked, ähm, warte mal, Match verlassen, ja, du meinst, Ranked, meinst du das oder Rangliste? Also, ja, das Rote, ähm, ehrlich gesagt, ich habe es noch nie wirklich gemacht. Ich könnte spielen, aber ich habe es noch nie gemacht. Ich habe auch noch nie Ranked wirklich gespielt. Ähm, in dem Fall spielst du viel Ranked, ne. In dem Fall spielst du das oft, nehme ich mal an. Obwohl, du hast jetzt gesagt, du kommst ja noch mit jemand anderem. Ähm, ähm, ähm. Sehr viel, wenn du mal übers Freundesmenü auf meine Karriere gehst, kannst du mal, kannst du mal mein Account angucken. Karriere einziehen. Ja gut, ja. Du spielst sehr viel Rangliste, merkst du, sehe ich gerade. Am meisten mit Ramatran, ne. Du hast, glaube ich, mit jedem schon ein wenig gespielt. Also, also mit Widowmaker wirklich. Ja, du, gut, dann mit drei Minuten. Ja, gut. Ja, gut. Mit Mercy hast du noch gar nie gespielt. Sombra hast du auch nie gespielt. Also, meine Favoriten sind ja Sombra. Auf allem Modi da oben. Hm. Ich spiele meistens mit Sombra, Viva und Mercy. Ach so. Für die jetzige Saison. Ja gut, ich habe noch nie wirklich, äh, Rank gespielt. Wirklich nie. Ich habe es mal versucht, aber da ich gerade am Anfang schon sehr schnell tot war, habe ich Rank gerade wieder beendet. Weil die sind natürlich schon einiges besser als ich. Ja. Ja. Das ist dann halt, ja. Ja, nehme ich an. Gut. Ich bin drin bei dir in der Gruppe. Okay. Dann warten wir in dem Fall noch. Ab 18 Uhr kommt ein Kollege von mir noch dazu. Der, äh, wird mit mir dann aber eher ungewertet und dann entweder das oder das spielen. Wenn ich bis 18 Uhr bleibe. Das ist natürlich die Voraussetzung. E-Brain Follow, meine Lieben. Würde ich mich sehr freuen, wenn es euch natürlich gefällt. Ich werde in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten mal schauen, wie, ob ich mal wieder mit Facecam, ähm, streamen. Da schaue ich noch. Da schaue ich noch. Aber ich denke schon. Äh, ja, frei, würde ich sagen. Dann würde ich, glaub, zu Mercy gehen. Okay. Okay. Ich habe einige Sachen gemacht, aber macht eigentlich keinen Sinn, aber... Ähm... Willkommen in meinem Stream auf Twitch. So! Sehr schön, dann... Nehmen wir mal den Sinnpunkt ein. Also das ist jetzt ranked, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Ähm... Also ich bleibe auf jeden Fall mal im Punkt, dann... Kann der nicht so schnell eingenommen werden? Ähm... Vor allem habe ich jetzt eher auf den Chat geschaut. Juhu! Ich sollte schnell zurück! Sooo, dann... Habe ich einen größeren Fehler gerade begangen. War aber auch der einzige Fehler... Ich bin wieder da! Diesmal sterbe ich nicht so schnell! Ich könnte hier Hilfe gebrauchen! Sehr schön! Dann! Aber... Ich bin wieder da! Oh man! Hier ist das! Ich bin wieder da! Oh man... Ja! Ähm... Manuel, das ist jetzt, äh, Ranked, oder? Sehe ich das richtig? Ah, nein, das ist kein Ranked. Okay. Das ist kein Ranked, das ist Open. Okay. Ja, klar, kann ich sagen, nur Mono. Kein Problem. Kein Problem. Aua. Wo ist diese Person? Die ist tot. Nein, ich war zu spät. Da hinten ist ein Sniper. 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 Das war jetzt doof. Das war eine doofe Idee, nehme ich an. Das war eine sehr doofe Idee. Was ich gerade gemacht habe. Ich bin Meura hinterher und... Ach komm, ich komm rein in den Ring und bumm, weg bin ich. Das ist ja nicht normal. Ach komm, das ist doch nicht normal. Das ist ja nicht normal. Das ist ja nicht normal. Achso, bin ich aus der Gruppe geflogen, so wahrscheinlich. Also es ist eine normale Runde bei euch, so oder wie. Gut, ich komme wieder mit Mercy rein. Das ist jetzt jemand, den ich sehr gut kann. Hm. Wir machen das auf meine Art. Bleibt zusammen, nur so kann ich uns halten. Hm, verstehe. Ach, Roboter schieben, ne? An deiner Seite. Dort brauche... Vorne brachte jemand meine Heilung. Okay, ich bin unterwegs. Nein! Ich wurde von der Seite weggenutzt. Tut mir leid. Das war ein bisschen schnell. Das ging sehr schnell. Engel an deiner Schulter. Bin unterwegs. Ich steigere deine Fähigkeiten. Ich steigere deine Fähigkeiten. Ich steigere diese Barrikade. Oh. Ich steigere die Wanne. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Ach komm! Wieso gerade der Genji dieses ... Dieser Mistkerl. Weißt du, wisst ihr, was ich nicht verstehe, ist, wenn ich Heilerin bin. Wieso beschützt mich niemand? Es sollte ja eigentlich klar sein, dass man Heilerin auch beschützt. Aber ja. Ich will ja nichts sagen. Aber ich habe was gesagt. Ja, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Du bist zu weit hinten. Ich komme ja auch nicht so schnell zu euch hin, weil ja. Ich verstehe es einfach nicht so schnell zu euch hin, aber ich verstehe es einfach nicht so schnell zu euch hin. Hinten hoffe ich. Hinten hoffe ich. Ja, aber ja. Ich sollte schnell zurück. Sie überholen uns gleich. Wir müssen sie stoppen. Der Roboter ist in unserem Besitz. Ach komm! Dieser scheiß Genji. Wie geht mir so auf den Senkel? Nein, ich bin zu spät gewesen. Dir gebe ich rasch Gesundheit und dem werde ich auch noch gerade Ihr seid alle weit vorne, ne? Ach komm! Was soll das? Da merkt man, dass ich nicht so gut bin wie andere Leute zum Beispiel. Aber ja. Was will man machen? Das ist jetzt halt nun mal so, ne? Ach komm! Das ist ja nicht normal! Ich muss wieder auf meinen Pusten. Ach! Dieser dumme Genji geht die ganze Zeit auf mich los! Ach komm! Nichts für dich! Ich trage mich lustig! Evet! Wir sind doch nicht fertig! ja endlich sehr schön jetzt haben wir den Roboter wieder ja So, bin wieder da. Ähm, ich habe mir gerade eine Zeit festgelegt. Heute werde ich streamen bis 4. Und werde morgen wieder streamen. Ich werde morgen dann wieder streamen und werde um 18 Uhr hier offline gehen. So. So, bin wieder streamen. So, dann machen wir was heute. Äh, was machen wir noch als nächstes? Oder. Ja, weniger. Manu. Okay. Ja, reist essen. Achso. Ja, wir zocken noch weiter bis 18 Uhr. Du bist aus Deutschland, oder? Ja. Ja, ähm. Ja, ähm. Manu. Okay. Ja. 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 Ich komme. Wo bist denn du? Ja. 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 Super, bitte. Sehr schön, ich bin da. Sehr schön, ich bin da. Ich bin da. Die hat mich wirklich voll weggesniped. Das habe ich nicht erwartet. Das habe ich nicht erwartet. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich bin gestorben vorhin, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin da. Irgendwann ist die... ...eine Zeit ist니. Ich bin da. Deine Fähigkeiten! Däne geht! An deiner Seite nicht das war! Alles in der Gucht! Lass es doch nicht so leiden! Ha! Du bist stärker! Geht, was wir erreicht haben! Die Feuerwehrsysteme optimiert. Und ich schaue mir das mal an! Hast du das? Hältst! Das ist der Ferne! Verliebt! Du hast den von krank! Ähm, du bist... ...hinten. Sehr schön. Sooo... Bin da... Jemand... ...hat sein Mikrofon an... ...während er alleine im Voice-Channel ist. Not today, Genji. Ah... Du kennst in dem Fall diesen... ...Genji. Du kennst in dem Fall diesen Genji. Nehme ich mal an. Oh. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und dann noch eine Runde und dann würde ich für heute auch Schluss machen. Ich werde sogar jemanden raiden. Das wollte ich nämlich schon immer mal machen. Ich werde heute jemanden dann noch... Ich werde heute noch jemanden... Raiden... So... Dann... Schauen wir dann nachher an, wen ich raiden kann, wen ich raiden darf. Wenn ich... Dann... Schicke euch... Euch... Nehme ich dann dort rüber. Ah, kann ich nicht? Dann nehme ich Diva. Oha... Oha... Sooo... Ah, jetzt bist du ja... zusammen... Ich stecke den Schaden ein. Hallo alle! Ich stecke den Schaden ein. Ich stecke den Schaden ein! Schöööööön. Ah, du spielst jetzt Widowmaker. Ist tot. Ist tot. So, woher kam das, woher kam das, woher, ich seh nicht, ich seh nicht, ich seh den, ich seh den Wichser nicht. Ich seh den, ich seh den Wichser. Oh, bumm. Ist tot. Komm hierher, komm hierher, komm hierher, komm hierher. Wo immer du dich auch versteckst, wo bist du? Nein! Ich hätt'n was gehabt. Ja, noch eine Runde und dann werde ich euch gerne zu jemandem netten reden. Den, hoppla, den ich kenne. Sehr schön. Ne, ich hab' gar niemanden gekriegt, ne? Scheiße. Ich hab' gedacht. Ich hab' gedacht, ich kriege dem... Jemanden, auf jeden Fall. Sooo, du... Die hab' ich nicht gekriegt. Oh Gott. Jetzt kommen alle auf mich. War ja klar. Du wirst wiederbelebt. Dankeschön. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Jawohl. Wir haben's geschafft. So, dann hoffe ich, es hat euch allen gefallen. Ich werde euch zu jemandem raiden. Sobald diese Anzeige hier fertig ist. So. Gut. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich raide euch gerne zu Lunatic. Lasst ihr viel Liebe da, so wie ihr auch bei mir Liebe gelassen habt. Und ich sage bis bald und tschüss. Ja, klar. Ja, den will ich natürlich rein. Es wird gleich losgehen und ihr dürft bei ihr dabei sein. Jetzt rein. Alles supi. Alles supi. Nichts passiert. Alles wunderbar. Bestimmt wieder irgendwas zum Buddeln. Hier ist bestimmt wieder irgendwas zum Buddeln. Ah ne. Hier war schon wieder so eine Tür. Oh. 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 Ich dachte, da wäre vielleicht eine Karte. Schade. Das gibt's doch nicht, dass sie alle keine dieser Karten haben. Das ist doch nicht normal. Ich habe jetzt bestimmt fünf oder sechs Türen gefunden, die so eine Karte brauchen. Das ist ja mega kacki. Okay, wir gehen erstmal wieder nach Hause. Und bereiten uns dann vor. Oh, Bruder Mau, danke für den Raid. Ich wusste gar nicht, dass du streamst. Dankeschön. Ich bin jetzt nicht lang. Dankeschön, Dankeschön. At least I tried. What did you try? What did you try? So. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.